hallo servus herzlich willkommen dass immer wieder zurück zum witcher mein name ist franconia danke fürs einschalten und wir brauchen endlich mal hier haben wir noch einen kräuterschubser wenn wir noch mal hingehen wir sind eigentlich auf dem weg richtung skellige bitte warum erst morgen kaufen was du heute schon kaufen kannst hallo das ist ein kräuterschubser willkommen willkommen ich bin gespannt vielleicht hast du ja was gescheites irgendwie keine ahnung ich müsste aber eigentlich eher verkaufen warte mal warte mal freunde der sonne so wir haben ja hier mondscherben wirst du zwei jahre davon haben wir ja alles ich brauche eine weiße möwe phosphor hatte hat nichts gescheites okay wir gehen zurück wieder werden uns aber neu ausrüsten bis dann denn ich habe in der letzten folge habe ich viele klamotten gekauft beziehungsweise herstellen lassen beim rüstungsschubs und das wäre hier das zum beispiel benötigt die stufe leichte rüstung passt schon 150 plus 2 nur aber immerhin mal schauen wie es ausschaut naja da ist das andere schon cooler nicht zu sein aber okay man kann nicht alles haben man kann eben nicht alles haben deswegen machen wir das noch vollständig halber so und wir gehen weiter wie gesagt heute in Richtung Nordicrat und da müssen wir gleich mal schauen dass wir Rüstung verkaufen Junge das kann es ja nicht sein so schnellreise wie gesagt Richtung Skellige und das ist hier oben hier müssen wir hin ich hätte aber eigentlich hier wäre nochmal ein Kräuterschubser beziehungsweise warte mal Alchemiezutaten da könnte man eigentlich auch noch hin ich habe hier ein Monsterlager tatsächlich das wir auch noch haben ich gehe mal zurück allmächtige haben wir auch noch ach jesus seid ihr alle bescheuert ach jesus wie viele Fragezeichen sind das jetzt gucke ich mal oben 59 bist du bescheuert wo kommen die auf einmal her ach du gott und die müssen wir alle noch machen ach du scheiße naja dann wissen wir ja was Sache ist in den nächsten 400 Folgen alter Schwede du ok wir sind jetzt hier wieder in W ne wir sind hier dann haben wir hier noch Alchemisten zu Alchemiezutaten aber ich glaube hier oben ist es am sinnvollsten oder wo war das nochmal wo war das nochmal hier genau wir teleportieren uns ach schau einer an hier gibt es noch einen Ort der Macht ja Freunde wenn das so ist dann gleich mal hier der Fluch der auf Oma lastete erwies sich als knifflig doch Yennefer und die Hexer schafften es ihm beizukommen der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf sondern als elfischer Wissender Avalach so ließ er war ein Elfenmagier der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte Almecht Almecht 59 Fragezeichen bist du deppert boah es wird noch einiges dauern diese ach Almecht kannst du schon rechnen allein 20 Folgen sage ich jetzt mal nur die Scheiße oder sagen wir mal ja kannst du sagen eigentlich pro Ding drei Fragezeichen wenn es gut kommt dann hast du schon allein 20 Folgen nur die dummen Fragezeichen zu machen aber ich mache es weil ich halt Angst habe dass ich halt irgendwas verpasse so haben wir sie jetzt komm aber wir haben ja zum Glück Plätze da können wir ja mit der ein wenig reiten so lala so setze die Hexe sind ja ein ja wir sind jetzt ach wir sind hier hallo Plätze ach wir sind jetzt hier ok dann oh tatsächlich noch eine Fragezeichen haben wir dann gehen wir erstmal hier zu dem Händler hier Freunde und der ist hier gleich da oben da braucht man nicht großartig mit dem Pferd laufen oder weiden dass die immer noch feiern Alter was ist mit euch los ja hier feiert die Königin was denn ich bin nur höflich und weil man eine Frau anspricht heißt das das so scheiße wir müssen genau runter ach aber skellige ne ein schönes Fleckchen das so da sind wir jetzt bei Miraculix toll mal gucken vielleicht können wir hier noch ach hier haben wir noch was ja wir nehmen nur dieses alt den alkohol so mal gucken wie frankulier dann sammeln nicht allen scheiß so du kasper servus mit denen hier willkommen im heiligen Hain ach 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 wo wir verkaufen können oder nie leider wurde es nicht so geht um das angeheftete scheißdreck ich brauche unbedingt die weiße möwe ohne witz ich brauche diese weiße möwe jetzt gucke ich hier noch mal was wir angeheftet gehabt haben ich dann mache ich das mal weg weil es eigentlich nur stört weil es eigentlich nur stört hat er gemacht ist der rubedo so wo finde ich noch mal den alchemisten meister ich suche jemanden der rezepte von alchemisten meistern kennt dann suchst du creme ist ich kenne niemanden der sich besser mit pflanzen und ihren eigenschaften auskennt als er wo finde ich ihn hier im heim in seiner höhle creme ist ist allerdings etwas wunderlich und lehrlinge hat er schon ewig keine mehr angenommen ok bringt uns jetzt nicht großartig weiter lebwohl und theoretisch müsste es dem ja angezeigt haben ich finde sie auch schön hier ist halt schön trocken und ich denke mal aber wird ein wenig recht mutig werden obwohl frische luft hast du ja immer so dann hätte ich gesagt ich will die musik so schön ich will zu verkaufen ich hoffe ich bin jetzt hier richtig nie und er ist auch wieder unter mir ich werde es auch wieder unter mir kommen die seien her internet ja wo ja aber das ist nette her tatsächlich das ist ja wie ich habe doch jedoch den anderen gehabt dann gehen wir mal hierhin ach das war das komische rätseln wir gehabt haben in der 300 folge neulich das heißt neulich aber auch schon drei wochen versteht ach und hier wir noch mal eine quest wo neue markierung eingang jetzt ist ja nicht jünger gering ist ein bisschen weitergehen ich bin keiner vor hölle die zum leichen schwimmen muss ich tue und lasse was mir passt was sitzt der nächste sein um den kaputten wagen zu untersuchen so das ist der krim ist das ist der meister hey servus gestoßen mit jetzt mal kurz hier ein bisschen bei uns haben hier schönes ach ne kerze kommt sind wir an hat er sonst hier was der hat sie aber auch schön der hat hier echt alles was man gebrauchen kann das lasse ich mir schon eher eingehen somit die holz wenn das jetzt doch ein wenig gemütlicher aus der hat sich hier gemütlich gemacht dann hat er hier noch keine ahnung hier ist denke ich mal seit dusche nenne ich jetzt mal so aber wo geht ihr aufs klo scheißen die dahin einfach im nächsten dusch oder was so mein freund servus ich will mit dir reden aber ich nicht mit dir aber du störst mich du scheinst nett zu sein warte mal ich gehe noch mal ganz kurz dann lebt wohl denn ich möchte gucken welche welche stufe das ist nebelinsel machen das mal aus nebenquist 24 ja komm da warten wir noch da machen wir doch erstmal unsere hz zeiten hier so nicht rufen mal unser pferd hier sonst würde es halt nichts mehr aber gut zu wissen gut zu wissen hallo plätze jetzt müssen wir halt wo ist das habe ich ließen pferdeschwanz stelle so freunde dann gucken jetzt doch mal wirklich noch mal auf die weltkarte ob wir hier den ein oder anderen wir könnten hier noch mal halt hin könnten hier noch mal hin das machen wir auch wir machen hier eine markierung reiten aber noch einmal weiter so plätze steigen hier ab und teleportieren uns mal rüber da wo es ein wenig näher ist so schnell reise dann gehen wir noch mal hier nach oben denn ich hoffe hier können wir darüber müssen wir hier wir müssten theoretisch hier um da hin zu kommen hier haben wir auch noch ein druiden lager weißt du was dann machen wir hier mal eine markierung hin das muss halt haben wir wir nehmen unsere plätze wieder mit komplett sich ja das ist ja eigentlich nicht weit mehr als im pferd ist das schnell macht da kommt plötzlich weiter so plätze auf auf vielleicht mal hier wenn die brädie an junge junge jetzt machen wir doch hier nochmal kurz gehen wir rüber und dann dass wir die ein franconia bis mal wieder zu hastig so nach goldenen pirol haben wir schon dann hätte ich gesagt nehmen wir noch mal hier hier welches war gut welcher war gut das können wir eigentlich probieren aber geist drakoniden konstrukte das ist insekten was sind es für typen hier soll noch mal kurz reingucken das sind nämlich insekten das ist insekten ja genau ja da hilft das insekten da kämpfen wir hier mal kurz eine runde mit denen so vampir hybrid insekten da sind wir eigentlich aber auch nicht so gut das kann uns keinen schaden großartig hinzufügen giftextrakt da kommt mir die mutagen ist auch sehr sehr wichtig dann war doch hier oben noch einer kommt goldene pirol da muss noch einer gehen hier da muss noch einer gehen hau bitte nicht ab das ist da mit drei dingen dann war es das so kleines grünes mutagen als wir reiten weiter nach unten hier hier gibt es die ort der macht ich sollte Kraft daraus ziehen das machen wir nämlich mal gleich weil dann haben wir den Arscher sehr schön überfahrungspunkt bekommen nein wieso nicht hey kollege da kommen wir seite an seite mit einem so freutest du bist es kann ich dich für etwas aus meinem angebot interessieren man weiß es nicht zeig mal vielleicht zeig mal was du hast ich hätte halt so einen möbel so rezept für den möbel ohne witz befinde ich die die hat da nichts hat überhaupt nichts vielleicht aber kann ich dem was verkaufen sirenen stimmende ja das sind alles dinge die wir vielleicht noch brauchen da können wir mal können wir mal 30 verkaufen hätte ich gesagt so und davon verkaufen noch den rest nicht 46 hat er dann verkaufe da 31 sehr schön hat er nämlich noch etwas übrig davon verkaufen mal 22 von dem verkaufen mal ist so nein ich wollte es doch gar nicht ich wollte doch wieder raus wiedersehen so komischerweise den ort der machtschock habt es ist halt die frage habe ich den anderen schon gemacht und deshalb immer noch weiß das hat immer noch weiß ich schau mal auf die karte wie viel ort der mächte kann man das so nennen hat er sechs stück ja ich glaub dann ist es dann hatten wir den glaube ich ja schon ich weiß es halt nicht wir müssten halt darüber wir müssten halt darüber das war es dann machen wir aber hier eine markierung hin beziehungsweise reisen darüber so ja heute ein bisschen reise lastig alles es liegt halt leider wurde es auch daran dass wir halt mit dazu viel mit uns herumschleppen haben das nährt mich im rotbach so plätze und ist mitten im wasser schauern hallo so reiten wir weiter ich hoffe hier geht es weiter ist aber irgendwie alles total verlassen so dann reiten wir jetzt mal darüber ach das sind schon wieder so sirenen scheiße stufe 30 da können wir da noch was umtauschen kommt wir machen jetzt noch in der folge zyklogen das sind eher konstrukte ok was war das nochmal hier zyklogen haben wir hier oder aber auch für hoch Studies auszübungen wir Kohlen okay 600 Ach, erst mal hier wieder die ganzen... Dafür besser das Ochoiden. So, Axi haben wir gesagt. Gut, wenn, dann machen wir es mal so. Okay, dann nehmen wir doch Mühe mal das. So, wir führen mal ein bisschen was. Ja, wir haben ihn. Halleluja, endlich besiegt. Sehr schön. So können wir da auch in Ort der Macht rein, ne? Normalerweise. Endlich haben wir den Besiegt. Jetzt müssen wir halt... Ich glaub, da waren wir schon mal drin, ne? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaub, hier waren wir schon mal drin. Jetzt müssen wir eigentlich, wir müssen hier eine Stufe nach oben. Na, schade. Okay, dann laufen wir mal hier raus. Plötzlich hofft, dir geht's gut. Hepp. Hepp. Und hepp. Magie. Magie. Magie ist lecker. Ich glaub, hier waren wir echt noch nicht, oder? Okay, die Trugung können wir aber nicht mehr luden. Mal gucken, wir nehmen hier nochmal den Ort der Macht. Okay, gibt's nix Neues, okay, dann haben wir das schon. Dann werden wir aber nochmal eine Runde hier meditieren. Was ist das? Ach, da ist schon wieder unten einer. Ach, da kommt immer wieder neun. Neu. Okay. Solo ist Wuschzone. So. Plätze. Halte Hüte, wir reiten weiter. Und zwar drehen wir aber hier wieder um. Wir rennen auch hier von denen weg. Nämlich da habe ich gerade wirklich keine Lust gegen die zu kämpfen. Und weg sind sie. Sehr schön. Dann hätte ich gesagt, machen wir hier doch eine kleine Rast. Hier an diesem schönen Fischerdörfchen. Fischerdörfchen. Und ja. Schneller. Na komm. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Bye Bye bis morgen. Euer Frankonia. Servusle.